Der Grip ist einfach sensationell und ich glaube, mit dem werde ich sicher jedes Spiel zu Null spielen. Ich heiße Noah, ich bin 14 Jahre alt, spiele beim Grasshopper Club Zürich in der U15. Mein Lieblings-Torwart ist Manuel Neuer, er ist einfach der Beste, mit den Füßen stark, auf der Linie, von ihm kann ich sehr viel abgucken. Mein größter Erfolg war, als ich bei einer der größten Hallenturniere der beste Torwart war. Ich war einfach stolz auf mich, dass ich diese Leistung gebracht habe. Meine Stärken sind meine Füße, ich bin ein sehr mitspielender Torwart, ich bin ein elfter Spieler und damit machen wir auch sehr viele Tore und kommen auch von hinten sehr schnell raus. Mein Lieblings-Torwart-Anschuh ist der Aqua 2.0, der Schnitt ist einfach perfekt, ich komme ganz einfach rein, der Grip ist einfach sensationell und ich glaube, mit dem werde ich sicher jedes Spiel zu Null spielen. Meine Ziele sind, bis in die erste Mannschaft zu kommen, der beste Torwart zu sein von der Schweiz und auch sehr weit zu schaffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend, es waren vier Runden und Lukas, du wirst es noch sehen, nächstes Mal gewinne ich. Sehr viel zu coachen, zum Beispiel die Innenverteidiger, viele Reden, das mögen so die Trainer, viel dehnen, selber auch etwas zu machen für den Körper. Danke fürs Zuschalten, Like und Abonnieren. Get the Grip!